Die arme Prinzessin Lili wird von einem Drachen gefangen gehalten. Du musst sie befreien. Ich komme, um dich zu retten, Prinzessin Lili. Aber ich muss vorsichtig sein, damit ich nicht von den Felsen falle. Sonst versinke ich im Sumpf und wäre verloren. Aufgepasst! Ich komme! Oh, die Felsen sind aber rutschig. Oh nein! Hilfe! Ich stecke im Sumpf fest! Hilf mir, Leo, bitte! Ich komme und helfe dir! Danke, Leo. Ich meine natürlich Ritter, Leo. Und jetzt musst du die Prinzessin befreien. Aber gib Acht, dass du nicht ausrutscht. Ein Ritter kommt, um dich zu retten. Aufgepasst! Ein gefährlicher Drache versucht, die Rettung zu verhindern. Du kriegst mich nicht, Drache! Schrauber! Schrauber! Bis zum nächsten Mal.